Recht herzlich willkommen zur Folge Nummer 35 von Towns. Ja, wir laden unseren Spielstand und gucken mal wieder rein. So, was mir letztes Mal noch aufgefallen ist beim Kontrollieren der letzten Folge, da sehe ich hier, sind diese ganzen vielen, sag schon, Knochen wieder alle umrum liegen. Und ich will nicht hoffen, dass das hier irgendwie ein Problem wird. So, das heißt, die müssen wir mal die 115 auch loswerden, das war vielleicht auch so ein Problem. Wo baue ich denn den Burner nochmal? Ich glaube, den baute ich hier, oder? Unter den hier, oder? Ist das so? Da oben ist er. Und ich stelle einfach mal da hin und nicht nur einen, sondern zwei oder drei. Ich mache mal drei da hin. Und dann gucken wir mal, dass wir die loskriegen, ne? Weil ich glaube, die machten auch eine negative Geschichte, oder? Ich meine, es wäre so gewesen. Gut. So, Bauaufträge haben wir natürlich dann auch noch genug. Hier ist noch ein Loch in der Decke, aber das soll auch gestopft werden. Und da soll es zugemacht werden. Und ich glaube, hier oben haben wir auch noch mit, ja, da oben der Raum, das soll mit den Steinen zugemacht werden. Das heißt, wir machen mal keine Bauaufträge, damit wir auch irgendwie ein bisschen vorankommen. Und was ist hiermit? Das wird auch nicht abgerissen. Da ist ein blauer Rand rum, ne? Glaube ich. Ja, müssen wir mal schauen. Äh, wir können mal eine Stufe schneller laufen lassen. Wie sieht es mit Essen überhaupt aus? Ne, das war der Falsche. Da ist der Richtige. Aber richtig und falsch gibt es da auch nicht so wirklich. Es gibt keine Brote. Dafür haben wir Birnen und Äpfel en masse. Das heißt, das ist nicht so unbedingt prickelnd. Aber macht gerade keiner Brote. Einfach, weil sie wahrscheinlich alle beschäftigt sind mit anderen Dingen. Weil da oben waren sie noch nicht gepflückt. Die Äpfel und Bären, die sind bestimmt alle hier am rumlaufen, ne? Ja, sieht so aus. Dann wird es ja gleich da weitergehen, gehe ich mal von aus. Gut. Ja, was machen wir? Gute Frage, ne? Deko. Deko ist ja auch so eine Geschichte in Richtung, ne? Wir wollen es schick machen. Ich würde gerne hier jetzt was machen. Machen wir da mal so eine Reihe von den Dingern hin. Geht das auch reihenweise? Ich glaube nicht, ne? Doch, geht auch reihenweise. Dann machen wir da mal die Reihe hin. Hatte ich jetzt die? Ich weiß es nicht mehr. Naja, jetzt geben wir schon wieder mehr Aufträge, ne? Das ist auch nicht gut. Zwei Brote sind jetzt da, nachdem sie die Äpfel gepflückt haben, ne? Ach ja, und das war ja noch, wenn man müsste die Decke zumachen. Aber das haben wir ja. Damit die effektive Arbeit, ne? Das hatte ich ja irgendwo gelesen. Aha, hier, das wird jetzt einfach nur immer wieder... Destroy the Recycling. Ich kann es nicht mehr mit angucken jetzt. Machen wir einfach alle weg. Und dann Hummus to grass und fertig. Da ist es auch so. Das destroyen wir jetzt alles. Und dann graben wir es wieder zurück um, ne? Weg damit, alles weg. Den weg und den auch weg. Da ist noch einer. Da geht's weiter. Da. Oh, da kommt eine Karawane rein. Vielleicht will der ja Knochen haben. Dann kann er so alle kriegen. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle weg. Aber der ist noch auf dem Weg. Dann lass erst mal weiterlaufen. Ein Burner ist noch nicht gebaut worden. Irgendwo wird aber wie Wildholz geschlagen. Naja, ist ja auch gut so, ne? Dann kann hier oben weitergebaut werden. Da ist noch alles ausgewählt. Ja, und es kommen auch zwei zum Löcherstopfen. Zwei müssen noch gemacht werden. Da, da kommt die Karawane. Und dann können wir da mal jetzt gerade reingucken, was er denn haben möchte. Und so wie es aussieht, bringt er nur tolle Waffen. Wo ich dann überlegen bin, ob ich die überhaupt haben will. Das ist schon alles, was er haben will. Hier, die kann man alle verkaufen, ne? Das nicht. Das auch nicht. Und weiter geht's nicht. 480 steht da. Kauf mal eine Buchse. Und den Rest tauschen wir mein Geld um. Fertig. Lass mal da was tauschen, ne? Und weiter läuft's. Die roten Dinger waren auch hier, ne? Ah, doch nicht. Ja, naja, dann müssen sie die von unten holen. Ist auch egal jetzt. Ah, diese Pflanze muss weg. Ah, die kann man sogar ernten. Okay, dann probieren wir die erstmal zu ernten. Und gucken, was dann passiert. Die verletzen sich dabei aber. Wo ist der jetzt zufällig reingelaufen? Weiß ich nicht. Kann natürlich auch sein, ne? Ne, der war ja da hingelaufen. Und? Aha, dann werden die klein gemacht. Was da raus geworden ist, weiß ich aber nicht. Na, wir werden's sehen. 13 Happiness. Wir hatten 8 oder 7. Da ist ja ein bisschen hochgegangen, aber... So, wirklich. Da muss noch was angesetzt werden, ne? So, alle anderen sind schon belegt. Gut. Hier muss noch zurückgemacht werden, noch Gras wachsen. Da müssen wir noch Gras über die Sache wachsen lassen, ne? Burner ist keiner fertig. Wie sieht's bei ihm aus? Der kriegt noch 8 von den roten Gels. Gehlen, oder wie heißt das? Keine Ahnung. Und jetzt sollten wir hier auch noch zumachen. Nein, wir machen jetzt keine neuen Aufträge erstmal. Es sind schon zig Aufträge zugange. 18 Happiness, guck, das geht hoch. Da noch 6er. Na, gerade noch 5er dann. Einer ist schon wieder gekommen. Rot wird gebacken. Sind auch 5 da. Wunderbar. Die Zirkaden sind am Zwitschern. Wenn's denn Zwitschern ist, ich weiß nicht. Zwei Stühle stehen da noch und die werden auch nicht benutzt. Einer müsste hier hin, interessiert auch keinen. Komisch. Da muss eine Kerze hin, ne? Guck, im Ofen ist Licht, aber Licht in der Küche sonst nicht. Deko, Kerze, Kerze. Da müsste die hier hin. Dann machen wir das doch mal, oder? Gut. Das Loch ist zugemacht worden. In den Schlafzimmern da. Wie sieht die Happiness aus? Ist nur noch 14. Schade. Hier haben wir auch schon wieder was gemacht, damit der Raum zugehen könnte, ne? Komm, weiter geht's. Muss was passieren. So, das passt alles. Da muss irgendwie eine Tür hin oder was, die da fehlt. Aber das machen wir erst später, wenn die anderen Sachen gemacht sind. Und da passiert nix. Wie sieht's hier oben überhaupt aus? Ah, da können wir noch drei Lücken schließen. Raum aber Steine für. Passt. Dann ist der Raum auch zu, der zweite auch. Nur noch einen hier offen, aber der ist ja auch schon ein Stück. Ich glaube, der könnte sogar ganz zugemacht werden. Von allen Seiten müsste gehen. So, Karavane ist übrigens weg. Die Buchse sollte schon eine angezogen haben eigentlich, aber die liegt da immer noch. Eigentlich hier Auto, ne? Auto-equipped. Naja, schauen wir mal. Essen. 6, 7 Rote. Essen läuft. Bisher bin das ja eigentlich auch gelaufen, ne? 16. Hat das mit dem kurzen Weg jetzt zu tun? Ich weiß es nicht. Wäre natürlich der tolle Tipp, ne? Wieder Nacht. Holz wird gefällt. Ja, hier haben wir auch ein paar Sachen gebaut. Ah, guck mal, hier können wir jetzt über die Türen auch noch einen Klotz setzen. So, das ist dann auch zu. Hier müssen wir mal gucken, da muss doch irgendwie... So. Der ist schon passend, da fehlt nur eine ganze Tür, ne? Aber die ist auch ausgewählt, na ja. Hab ich das ausgewählt? Ja. Und da muss wohl doch noch einer hin. Sollte aber eigentlich funktionieren. Gut. Da ist schon eine ganze Reihe hingekommen. Ah, guck mal, der ist auch gekommen. Das hat auch geklappt. Wunderbar. Ja. So, jetzt, mal gucken, der zweite Stein ist auch da. Jetzt geht's deiner Schreinerei, Tischlerei, Zimmererei richtig los. Was wollten wir hier hinbauen, weiß ich schon gar nicht mehr. Küche vergrößern könnte sein, ne? Der Lagerraum ist fertig, aber das mit dem Einlagern ist auch so eine Schwierigkeit, ne? Ja, Getreide ist ganz schön knapp. Wie viele Brote haben wir denn gerade da? Fünf. Okay. War denn viel Mehl? Eins. Und dann liegen da noch zwei daneben. Na. Muss man da überlegen, da noch was zu machen? Ich glaube schon, ne? Eine Reihe kann da dann noch hin. Gut. Dann sieht's hier aus. Fertig. Cool. Hm. Lassen wir das erstmal so. Hier wird weitergemacht. Das sieht ja interessant aus, war da, ne? Ist was runtergefallen? Ich glaube nicht. Ne. Da auch nicht. Läuft. Die basteln auch gerade ganz viele Steine. Wo ist schon wieder einer gestorben? Wo ist der denn geblieben? Gar nicht mitgekriegt. Welzebub Hendry Dice. Wo ist der denn mit dir schon gestorben? Ah, hier unten. Und die tollen Sachen liegen daneben, ne? Hm. Kein Held da. Blöd. Blöd. Ja, müssen wir gucken, dass es fährt, ne? Okay, ich glaube, wir sind alle hier mit Holz beschäftigt. Geht gerade, ne? Wieder einer zu. Sechs Löcher sind noch zu stopfen. Fünf. Vier. Kommt noch einer, dann sind es nur noch drei. Wo läuft der denn hin oder lief der hin? Ich dachte, da wäre gerade einer mit einem Holzklotz durch die Gegend gelaufen. Ach, da hinten waren ja auch noch welche. Okay, deswegen. Drei in der Gang noch. Es ist nur die Frage, ob es im Gang jetzt nicht zu dunkel ist, ne? Schwierig. Nur vier Steine da hinten. Einer fehlt uns noch da und einer da. Kommen beide jetzt fertig. So, das müsste dann auch klappen. Ach, haben wir nicht angeklickt. Müssen wir noch. Dann wird das auch zugemacht. Gut. Happiness ist acht. Auch nichts Prickelndes. Speed ist klar. Erudice. Okay, das hatten wir. Und das hatten wir natürlich auch. Gru ist gestorben. Öfen werden noch nicht produziert. Oh, da hat einer sogar das noch weggeholt, das Bündel. Da ist was passiert. Dann können wir dann nachpflanzen. Und. Bis dahin. Gut, dann haben wir es aber erst, würde ich sagen. Ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.